Wir haben den 21.10.2022, das steht an einem Raben zu packen. Ich weiß nicht, dass es etwas länger ist. Hier haben wir relativ viele Raben, die jemand herpügelt. Ich weiß nicht, dass es ein Torx ist. Das ist ein Torx. Ah, ich warte... Ah nein, jetzt kann ich neben... Ich warte, vielleicht kommt sie noch mal vorne. Ich habe das Gefühl, sie bewegt sich weiter. Ich habe gesehen, dass sie nicht so gut sind. Ich habe noch ein Nürver für mich. 9.12.21 ist der Zater 2022.